hallo 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 ich musste heute oder muss heute mal was anderes machen außer bahn schienen bauen deswegen denke ich mal werden wir uns heute um den bahnhof kümmern genau und zwar war jetzt die idee den bahnhof ganz da hinten zu setzen und zu planen also geplant habe ich den schon aber nur im kopf deswegen weiß ich nicht ob das so ganz funktionieren wird aber ich will ihn hier hinten hinsetzen weil die felder hier sind mir eigentlich wumpe und ich will das alles per zug reinkriegen dead vision ach bauen wir das einfach mal auf den boden wo haben wir den hyper tube hallo 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 wrestling und willkommen im stream heute machen wir mal was anderes als schienennetz wir bauen bahnhof auch was das okay nice oh holy okay strahlung ist eigentlich egal weil ich habe wie es ist gleich noch ich habe filter und strahlenschutz anzug schöderlö schöderlö da ist wasser hier ist die kohle und dann würden wir nur noch gucken wie wir auf welche höhe wir starten aber ich habe eigentlich bock hier hinten zu bauen ich denke mal da werden wir das da als höchsten punkt nehmen das sollte ja eigentlich größentechnisch ausreichen oh kleines weg und schau mal schlub oh noch eine merkersphäre oh was man hier so alles entdecken kann okay wenn wir auf der höhe bauen wo die schnelle ist dann sind wir auch höher als der baum dann sollten wir auch höher sein als das da konnte ich irgendwo sehen auf welcher höhe ich mich befinde ey nur xy aber nicht y ups he 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 your waves lap at our shores when will you land when will you land when will you land we're out wo wo komm mit hier Schau. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier einmal gucken, ob alles, ja, wird alles übertragen. Das ist schon mal schön. So. Jetzt mutten wir da hoch. Oh Gott. So. Schnell schon. So. Wir sind höher. Das da hinten könnte vielleicht problematisch werden, das ist aber relativ Wumpe, weil ich glaube, wir werden nicht so weit gehen. Der Baum. Okay, wenn wir jetzt hier drüber sind, einfach nochmal. Ja. Das sollte ja eigentlich ausreichend sein. Baumenü. Gehen wir erst mal auf Beton. Okay. Von hier können wir Wasser bekommen. Das ist mega. Ähm. Joa. Soweit ganz gut. Und dir selbst. Ähm. Nur heute noch Nacht viel zu wenig geschlafen. Was echt ein bisschen kacke ist. Aber sonst eigentlich ganz gut. Oh super. Das freut mich. Ja, ich brauchte heute mal Ähm. Ein Change. Und wollte ähm. Den Bahnhof bauen. Ja, ne. Also Arbeit läuft. Ja, klar. Ähm. Ist nur aber stressig. Und weil ich heute ein paar Äh. Excel-Mappen fertig machen musste. Für zukünftige Planung. Mit Berechnungen und und und. Drinnen. Was eher so Äh. Ich hab das seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Und dann so besondere Sachen wie äh. Anhand der Kalenderwoche rausfinden. Wie viele PCs wir in der Kalenderwoche fertig machen wollen. Damit wir das äh Ziel er- Oh Gott. Verdammt. Das Ziel erreichen und sowas. Und dann sitzt du da und denkst dir so Äh. Mein Kopf. I have arrived. Hallo Peanut. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich, ich brauchte heute mal ein äh Change of Pace und hab mich entschieden den Bahnhof schon mal zu bauen. Oder anzufangen für die Brennstabfabrik. Jetzt weiß ich nur nicht ob ich hier nicht einfach viel zu hoch bin. Ach, kann ich überhaupt nicht verstehen, du. Wie lange warst du jetzt schlussendlich unterwegs? Fünf, sechs Stunden? Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du stinkender Moderteppich. Danke für die Follow, das PC. Ich hoffe ich spreche es richtig aus. Dankeschön und willkommen im Stream. Und du hast die 260 Follow gemacht. Deswegen gehen wir gleich mal auf 270 hoch. Mega. Ja, cool. Willkommen, willkommen. Ich baue heute mal so ein bisschen am Bahnhof, weil ich echt keine Lust mehr auf Schienen habe. Die haben mich ein wenig gebrochen. Aber da bauen wir ja trotzdem noch Schienen, also ja. Oh, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Und Dankeschön, das freut mich. Willkommen auch als Sub. Das freut mich sehr. Hi, Dankeschön. Und Peanut, du bist immer noch am Stahl dran, ne? Nur kurz als Backstory. Peanut hat sich entschieden, in kleineren Mengen Stahl zu produzieren. er produziert 7200 Stahl pro Minute oder versucht es und das PC gerne. Danke, danke, nochmal. Und das ist absolut natürlich nicht nötig. Nur die eine dann. Was? Okay. Boah, ich habe einen richtig coolen Tipp, Trick eben gerade noch auf dem Klo auf TikTok gesehen. Anscheinend kannst du in Rohren den Wasserdruck erhöhen mit einem Wasserturm. das heißt, das war total bescheuert. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und das kannst du verlängern und auf andere Röhren anwenden. Das fand ich das faszinierende. Ich bin durch TD auf dich auf wechseln geworden. Und deine Börse steckt gerade in Phase 5 und wollte erstmal Fabriken stil technisch aufpimpen. Ja, super, danke schön. Ja, ich habe jetzt eine Fabrik gebaut, die sieht aus wie eine Scheune. Das ist dann nicht ganz so stil technisch gut geworden, aber freut mich trotzdem. Ich versuche mein bestes und gucke mir zwischendurch nach wie vor Videos an. Alter. Ja, das war mal ein Crab Rave. Die haben das Wasser in der Leitung ja Realistic gemodelt. Ja, ich war nur überrascht, dass du wirklich jetzt blöd gesagt du hast irgendwie so eine Leitung schließ dann hier deine Pipes an. So, jetzt einfach mal blöd. Und du müsstest ja jetzt hier Wasserpumpen anbringen, wenn du mehrere hast. Und dann hat er einfach einen Wasserturm gebaut, der mit einem einzelnen Rohr, der dann einfach höher war als die anderen. Das heißt, nur ein Wasserturm nach oben, so eine Kurve gesetzt so dann wieder runter bis ganz nach unten. Dann hat er es einfach nur an das Endrohr von den Pumpen angeschlossen, von den Extractoren. Und dann kommen hier die Wasserpumpen ran. Und das Rohr, wo eigentlich keine dran ist, füllt sich auch bis oben hin. das kann man mit allen machen. dann hat das dann hier einfach nur weitergeleitet zum nächsten Ende und damit dann verknüpft. Und so lief das dann einfach mit allen. Total genial. Genau, was eigentlich ja voll bescheuert ist, weil du ja nur einen Spiegel anpasst für 1800 Liter Wasser oder sowas. So. Ich bin gerade echt am überlegen wie hoch die beste Höhe hier eigentlich ist, weil ich will eigentlich erstmal nur den Bahnhof bauen. Ja, das sieht gut aus. Hallo Lala. Deswegen auch die Rücklauf Klappe. Ah. Nice. Okay, das hier machen machen die Grund Plattform Spricht man es Hathor Gaming aus? Hallülle erstmal. Und willkommen im Stream. ja, mein Gesicht will doch keiner sehen. Oh Gott. Ich hoffe, mit der Schräge hat alles geklappt und funktioniert problemlos. Danke, Wesley. Jetzt werde ich so raut wie der Sand hier und weiß nicht mehr weiter. So, Update zum Stahl. Muss noch die Assembler mit Strom versorgen, alles einstellen und dann nur noch die Metz hinbringen. Ja, nice. Ah, ja, ich musste die Datei um... Oh, es könnte das Äh gewesen sein, nehme ich an, dass das eher mit A, E besser funktionieren könnte. Besonders wenn dein Spiel irgendwie stark gemäß auf Englisch gestellt ist, kann er wahrscheinlich das Dateiformat nicht erkennen, weil er denkt, das ist der falsche Unicode oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, hätte ich vorher dran denken können. Okay, dann muss ich mal hoch laden. Ähm, ja. So. Wir wollen, wenn wir hier unten stehen, in die Richtung sieht eigentlich gut aus, oder wollen wir noch ein bisschen weiter und von da kommen. Ich glaube, wir gehen noch ein Stück weiter. Ah, noch. Hm, ich frage mich, wo die Welt endet. Das sieht ja irgendwie kacke aus. Sieht das auch so auf der Weltkarte aus? Moment. Kann sich nämlich auf der Weltkarte die Weltgrenzen anschalten. oh ja, das ist wirklich die Weltgrenze und die sieht so kacke aus. Okay. Okay. So. Ja, das sollte passen. So, dann machen wir abholen. Nee, doch. Sollte eigentlich passen. So. Ah. Jetzt müssen wir erst mal planen. Zugbahnhof, Zugbahn, da, da, da. Ah, wie hieß denn das? Tunnel, one side. Okay, wie breit ist denn das? Uh. Also abstützen wollte ich jetzt nicht. Eins, drei. Okay. Passt. Okay, drei. Dann noch eins, zwei für Außenverkabelung. Uh. Äh. Ja. Okay, und hier auch noch zwei für Außenverkabelung. Ah, okay. Äh. Ja, ich musste die Teil und geht das? Nee, Spiel auf Deutsch hab ist auch schon in Discord geschädelt, was ich gemacht hab zum Hochladen. Uh. Let me have a look. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. let me Na, Rampe mit Hue macht doch mehr Sinn, ne? Also ich glaube, man musste den Server neu starten für den ganzen Chroms, oder? Oh Gott, jetzt muss ich hier auch noch planen. So, drei breit. Lassen wir auch das hier drei breit. So, das hier ist ein Wandteil. Das heißt, wir gehen in die Richtung und das ist ein Wandteil und das hier ist ein Wandteil. Das heißt, in der Mitte fangen wir jetzt hier an mit... äh, nicht so. So. So, ich will den Bahnhof ein wenig übertrieben machen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Audible. Audible. Okay. Ja, Peanut, ich weiß, dass du übertrieben bist und dass du sowas entscheidest. Okay. Wandteil. Das ist die Außendeko. Das hier ist First Level Innenraum. Und da will ich dann, blöd gesagt, wirklich einfach nur... können wir jetzt einfach so machen. So. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt... das hier ist, ... ... ... Und jetzt geht's mit 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 so was da sind wir grad mitten dabei ja das hier wird die Brennstofffabrik und wenn wir die fertig haben müssen wir noch eine eine Recyclinghof bauen würde ich sagen und dann können wir mit dem AKW weitermachen oder wir machen auch währenddessen weiter ja aber ich persönlich wollte gerne das AKW abschließen und dann sofort mit dem AKW starten dass ich dann sagen kann okay letztes Kernkraftwerk gebaut ich kann starten das war die Idee die 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 classics die 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 Hallo, Modern Apologize. Nehme ich an. Hallo, hallo, hallo. Wir sind hier in der Planungsphase des Bahnhofes für die Brennstabfabrik. Und ich weiß gerade nicht, wie ich das... ...geschickt bauen soll. Ich bin da gerade noch hart am überlegen. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dankeschön. Gleich für drei Monate. Holy shit. Danke, danke, danke. Und willkommen. Äh, wäre nicht nötig gewesen. Hi. Hi. Gott, oh Gott, oh Gott. Da werde ich ja ganz rot. Hallo, verfolge dich vor allem über TikTok. Jetzt auch mal über Twitch dabei. Ja, das freut mich. Willkommen. Ähm, dann erlebst du die Planlosigkeit, die vornehmend im Stream vorhanden ist. Nehme ich an. Ja, wie gesagt, wir sind in der Planung. Ich habe nicht so recht die Idee. Deswegen plane ich, äh... Hier bin ich mir überhaupt noch nicht sicher. Weil das hier hätte ich gerne als Mauerelement genommen. Äh, lala, leider nicht. Deswegen, ähm, habe ich die Unterstützung oder das Mobbing aus dem Chat. Ja, und wenn ich Wahnsinn sehen will, dann schalte ich bei, äh, mich bei Peanut auf Safe rauf und sehe dann einfach, hm, ich baue vier zu klein. So, ich glaube, ich muss hier einfach mal den Test machen. So, das hier wird das Mauerelement. In der Mitte fährt hier... Okay, das können wir auch noch anders machen. Hier in der Mitte kommt das. Das heißt, den Teil können wir schon mal wegreißen. Und den Teil. Ne. Hier fährt die Bahn. So, dann möchte ich, dass das Fundament... Beschichtetes Betonfundament. So, dann platzieren wir das doch erstmal. Und bauen dann nach und nach auf. Und dann... Könnte man einfach mal gucken, wie man das denn am geschicktesten macht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Okay. So. So. Ich fand das Design von X-Clips eigentlich mega. Ja. Wenn wir das jetzt so... Bei dem Mac-Punkt 9,0? Ich bin jetzt mal mal wieder. So. So. Will ich das? So. 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 Das war's für heute. Das wäre natürlich mega, wenn das im rechten Winkel gehen würde. Okay. Machen wir das doch mal anders. Vielleicht wenn wir von hier aus gehen, dann gehen wir hier hin. Und wir müssten hier starten. Hier, ne? Okay. Können wir... leicht angeschräg gehen. So, etwa so. Okay. Dann macht er hier so einen leichten Notch. Ja, das finde ich bedeutend besser. Okay. 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 So, oops. So, aber hier diese Fundamente können wir ja überhaupt nicht weiterhelfen. So, leider gar nicht. Wahrscheinlich eher nur hier, ne? War klar, dass das hier richtig gut aussieht. Aber hier? Oh. Das geht nicht. Äh. Vielleicht doch. Ich teste mal. Ist das kacke? Okay. Dann machen wir das so. Okay. Okay. Dann machen wir das so. Okay. Okay. So Das heißt, wir müssen hier, ich will nämlich was ausprobieren. So. Okay, Transport, dann würden wir hier einen Bahnhof hinsetzen, ich weiß jetzt nicht, nehmen wir dit oder nehmen wir Asphalt, nabend Meisterkuchen. So, jetzt ist die Frage, das müssen wir jetzt einmal ausprobieren. So. So. Gott. Okay, also, eine der wichtigsten Fragen überhaupt ist, welchen Fußboden nehmen wir? Das hier ist jetzt ein Testbahnhof. Soweit ganz gut, maximale Verwirrtheit auf minimaler Kompetenz. Aber, ich würde sagen, wir bewegen uns hier in guten Gefilden. Also, aktuell steht zur Auswahl der hier. Das ist doch immer so, oder nicht? Äh, ja. Leider. Also, der hier steht zur Verfügung und ich war am Überlegen, das Pfeil zu nehmen, weil das schön schwarz ist. Und dann hier mit orangenen Stickern zu arbeiten. Du bist Bauzeichner, du müsstest sowas wissen. Aber ich glaube, hier ist eh zu wenig Platz, weil das geht ja noch eigentlich so. Äh, wo haben wir es denn? Hier. Äh, du nicht. So. hab den Lappen nichts zu tun. Ich finde Asphalt steht bei mir überall in der Base. Okay, also meine Überlegung war dahingehend ja wirklich einfach, dass man hier sagt, okay, hey komm, wir nehmen die Muster noch und machen dann sowas und ich finde, das kommt auf dem Asphalt viel geiler zur Geltung, besonders wenn man dann auch noch sagt, okay, hier haben wir Transportbereich und ja, nur ich glaube, der Bahnhof ist eh ein wenig zu schmal und die andere Überlegung, die ich hatte war, ich wollte glaube ich gerne bei den Wänden entweder die Stahlwand nehmen also dann als Innenbereich. Da war ich am überlegen, ob wir... was sehen meine trüben Augen denn hier? das ist ja mal richtig nice ich glaube, das dürfte so mies aussehen No, eins zu wenig. Okay. guck mal und wenn wir dann jetzt wirklich platt gesagt folgendes dann noch hier machen bin ich da so wir haben jetzt hier die fundamente setzen die hier oben drauf das hier lackieren wir noch eben um äh material ne nicht asphalt beschichtet wenn wir jetzt das machen und dann oh oh hmm fragt das oben raus nein farbe auswählen ey kein symbol so und jetzt setzen wir hier architektur das sieht böse aus und das passt perfekt kann ich das auch noch oh ne aber wenn wir jetzt dann hier auch noch das auf dit einstellen äh oh oh mein gott so äh hi mani what gate äh bei mir wird's heute nichts mehr zocken ich bin fast den ganzen was in fast der ganzen stadt ist bei der telekom gerade eine störung und die soll noch bis 20 uhr 30 gehen hey deswegen verlegen wir alle glasfaser ähm genau aber morgen dann wieder am start auf jeden da freue ich mich drauf ich muss mir jetzt mal was anderes antun deswegen gibt es jetzt heute bahnhofsversuche und ähm designideen genau ich glaube das dann noch auf der anderen seite rüber mit dem schwarzen das dürfte übel aussehen würde ich sagen und dann mit der beleuchtung umtropft weil wir ja brennstäbe herstellen müssen wir jetzt alles in sachtem grün halten und je näher wir der brennstoffproduktion kommen oder brennstoffproduktion desto giftgrüner muss das ganze werden ähm lemmy2k willkommen im stream von tiktok direkt auf twitch feier dein content dankeschön das freut mich sehr ähm genau falls dir das noch nicht aufgefallen ist ich bin ein wenig verplant hoffentlich so das sieht ultra nice aus woa störung j hab schon nen plan für morgen nicht so wie im letzten stream ja ähm deswegen bin ich jetzt hier dabei ich brauchte wirklich einfach mal ähm ablenkung aber dann können wir jetzt einmal die idee direkt umsetzen das ist der mittelpunkt geschichtet so das das nochmal dann packen wir hier damit wir wissen was wir tun ich glaub das wird ne komplette große plattform voll mit krams so dann hier unten nehmen wir die hier sollte der die kackfarbe nicht auf beschichtete na komm das ist jetzt gold gewonnen ok so das ist So, wie sieht denn... So, wie siehst du denn aus? Black ist ein bisschen langweilig. Okay, nochmal. Ich dachte, der behält die Farbe bei. Okay. Okay, nice. Oh mein Gott, so... Peanut sagt Hi. Glaub ich dir bastel ja auch schon an den Schienen. Oh ja. Und wie war das Essen, was ich dir geschickt habe? Moin. Er hat dir Essen geschickt? Was gab es denn Feines? Klär uns auf. Ich will es wissen, ich will es wissen, ich will es wissen. Ich will es nicht mehr so sein, ich will es wissen. Kannst du es sehen? Ich will es sind. Ich bin es sicher. Oh ja. Ich will es sehen. Ich bin es zu spülen. Ich bin es sicher, wir müssen die Farbe bei. Ich bin es sicher. Jetzt befindet sich ein bisschen eine d fruitful. so keine ahnung ich durfte ja nicht nur gucken hallo lala hab ihr ein bild geschickt von katapfel rosenkohl mit bechamel und steak blöd mann okay würdest du den rosenkohl weglassen könnte ich damit vielleicht was anfangen denn wie jedes kind weißes rosenkohl des teufels zeug brokkoli mit hollandaise das würde ich sogar essen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2019 Hallo Corby. So, ohne Internet muss da wohl Star-Dio-Welly gezockt werden. Ja. Traurig, aber wahr. Show. So, kann ich das jetzt platzieren? Oh, das muss dann so, ne? Oh ja. So. 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 Wie hast du es erraten, dass ich in Deutschland wohne? Blueprint MK3 ist Peanut, halt die Fresse. Hätte ich auch gerne. Weil man, die gerade schrieb, ohne Internet, ohne Internet, das war einfach sad but true. Zum Glück kennen wir niemanden, der in der, ähm, wie war das nochmal, in der Branche tätig ist. Also, vielleicht musst du da mal ein Telefonat führen und vorschlagen, dass du da Änderungen vornehmen könntest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. lol ich hab kein beton mehr vermutlich der schuhsaunschuhe kennst du den spruch leider nicht da bin ich gerade ein wenig überfreucht der schuster hat immer die schlechtesten schuhe okay so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das nächste Personalgespräch wird dann lustig. Wir bieten Ihnen 5% mehr Gehalt. Egal, legt mir endlich Internet. Für die nächsten 5 Jahre gibt es keine Gehaltserhöhung, dafür gibt es Internet bei Ihnen. Da würde ich mich fragen, was hat höhere Lebensqualität? Mehr Geld oder besseres Internet? Sehr schwer zu beantworten, würde ich sagen. Ja. 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 Das Traurige ist, das Glasfaserkabel ist wohl das günstigste an dieser ganzen Geschichte. Das Traurige ist, dass das Glasfaserkabel ist und das Glasfaserkabel ist. Das Traurige ist, dass das Glasfaserkabel ist und das Glasfaserkabel ist. Das Traurige ist, dass das Glasfaserkabel ist. So, das wäre auch cool, ein Peanuts für Meta. Für 250 Meter Längstverlegung habe ich eine Rechnung von ca. 25.000 freigegeben. Nur der Tiefbau, ja Tiefbau ist halt das Teure da dran. Das Kackgabel kostet wahrscheinlich 85 cm. Ja, das Kabel ist ja das eine, aber man braucht ja auch noch einen Kabelverteilerschrank. Und das argumwogende Leerrohr. Was wollen die Mäuwölfe mit Glasfaser? Sehr gute Frage. Wo ist die Fanchlen? Heute 티 Jochen. Da geht's ein Kabelverteilg Hunt. Da geht's. 이� CC vor und Anybody? Da geht's. Was��다 schnuss mit dem Gesang. differential, Eich seja ihm, digital. Da geht's. Steven consider ein Schenst proofs. Ein Ungläubiger im Hauch des Meisters, verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Dankeschön Nico RS6 oder RS6, Hallülle und willkommen im Stream. So, oh nein, nicht das Leerrohr, dass wir uns die Insolvenz führen, nein, dran nuckeln und dann werden die super schnell, weil schneide Übertragung und so, oh Gott. Der kam tief und flach. Außer du machst so eine Freiraumdisco für die Maulwürfe. Oh shit. So, ob wenn der Maulwurfshügel will, blinkt, bedeutet das zwei Sachen. Maulwurf hat eine neue Disco eröffnet und zweitens, an dieser Stelle wurde das Kabel angeknabbert. So wie das Glasfaserkabel tief und flach. Es sorgt für körperliche Schmerzen. So, ich bin gerade hart im Überlegen. Ich glaube, wir gehen hier noch einen weg. Setzen dann sowas. Dann kommt man. Show was machen? Und hier dann eine kleinere Säule dazwischen und dann ist die Frage What dürfte hier denn gut aussehen? Und dann nimmt man einfach hier die Rückseiten von den Wänden Aber ich glaube ich brauche hier mehr Abstand Und und dann und 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 blueprints drin da kannst du die einfach ablegen das einzige was passieren kann ist anscheinend dass die schräge noch umbenannt werden muss weil der kommt mit dem nicht klar muss also zu rampe umbenannt werden das werde ich aber noch in den blueprints selbst anpassen und ich glaube hathor hat es da schon rein gepackt genau genau hat sie mit reingeschrieben hat er ich habe keine ahnung das bild sieht ich kann nichts erkennen aus dem namen wird man auch nicht schlafen also es wurde damit reingepostet fertig aus so what type of wall könnte natürlich auch die wand hier um und pusten oder in die adresszeile vom explorer prozent ab da da prozent eingeben und dann navigieren genau lassen wir das wohl die sein erst mal offen dann machen wir so 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 organisation ist reelle lager container hops so dann machen wir wände okay falsche wände ne richtige wände verdammt so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott So Ja, Satisfactory trifft es auch sehr gut Oh, da musst du wirklich 15 mal sicher sein, dass du... Okay Okay Das war's für heute. 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 Ja, halt dich fest. Ich zeig's dir, warum wir jetzt alles abgerissen haben. Und wir hatten ein Spaltmaß. Und wir hatten ein Spaltmaß. Ja, und vor allem, ich dachte, ich hab's da hinten richtig gesetzt. Und jetzt hab ich auf zwei Punkte connected und die laufen alle parallel und vertikal gleichmäßig. Also das da hinten ist der Fehler. Ja, ich hab's da, ich hab's da, ich hab's da. Und ich hab's da, ich hab's da, ich hab's da. Vielen Dank. 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 Also eher so gerade drauf zu oder eher dass das so wird. Vielen Dank. Vielen Dank. An den Weg an den Weg, den du als Hauptweg definierst, sag ich jetzt mal und dann die Sachen da rein. Und hier würde ich halt das gleiche machen. dass man, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man dann einfach sagt, okay, ich gehe von hier aus. Und dann, dass man, dass man so 그거 ist. andere bescheuerte dinge machen du nimmst hier eine plattform hält steuerung gedrückt gehst hier auf die du versuchst mit der maus diese kante hier auszuwählen wie hier während du steuerung gedrückt hältst drehst ein wenig drückst h dann ist es viermal nach vorne und viermal nach rechts platziert das gehst von unten ran platziert das wieder aber das wäre auch so eine saubere verbindung das wäre auch noch so eine idee na sauber was anderes wird mir dann nämlich auch nicht einfallen nur ich wollte die gesamte fabrik hier nicht komplett umbauen aber sowas habe ich auch zum beispiel da hinten mit den zügen gemacht dass ich dann das alles ein bisschen gedreht habe so dass man das ein bisschen besser platzieren kann und ja ich weiß ganz genau was du meinst ich struggle zwischendurch auch aber eher so richtung ich muss mir inspiration von anderen holen ich habe das gefühl ich habe dann ein brain afk und weiß einfach nicht wie ich bauen soll und deswegen versuche ich mir gerade auch echt 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 hart mühe zu geben dass es alles ein bisschen besser aussieht und ein bisschen mehr gestalt hat und 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 weil ich keine lust habe dass das kake aussieht okay okay Oh Gott, ich seh nix mehr. Fuck, hab ich so keinen Funkenregen. Damit habe ich kein Problem. Ideen habe ich immer, dass aber die Umsetzung, ja, die Umsetzung ist bei mir auch immer das schwerste, weil ich so einen kleinen Tick habe, dass alles angrenzen muss und alles unter der Clean aussehen muss, da habe ich schon davor gescheut, die Anfangwege ineinander zu setzen. Ja, ähm, meine Hauptempfehlung ist eigentlich, ich frage mich, wie ich das da hinten hingekriegt habe. Siehst du, dass die Plattform so am Flickern ist, wenn ich Steuerung drücke? Wenn du auf Natur gehst mit einer Plattform und Steuerung drückst, ordnet sich diese Plattform dem Weltengrid an und, ähm, wenn du alle Fabriken immer am Weltengrid gebaut hast, dann könntest du von, ich könnte jetzt von hier aus hier rüber bauen zu der Fabrik, die hier steht und hätte einen perfekten Weg, ohne dass ich irgendwas, äh, mit Notchen oder sonstiges machen müsste. Und so, ich will, dass der hier steht, dann will ich mit einer großen Metallsäule nach oben gehen. So, und was ist, wenn ich jetzt mit... ... weil ich würde das nämlich jetzt gerne irgendwie cool bauen das heißt auch dass ich zum Beispiel sowas hier gerne machen würde so das war ein bisschen zu lang so jo der geht dann die Säule hoch und von der Säule aus würde ich gerne Wege bauen aber dann wird das muss ich mir mal eben kurz markieren Musch da so 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 ich hab mich schon davor gescheuert hätte ich das früher gewusst dass das ja ich weiß ich könnte dir noch nicht mal aus dem Kopf sagen ob das ganz neu mit dem 1.0 update gekommen ist oder nicht aber ich ich weiß was du meinst es ist hart frustrierend und kacke Sachen rauszufinden wo du dir denkst die kacke hätte ich liebend gerne vorher gewusst ähm aber Meisterkuchen mach dir keinen Kopf es gibt Leute die haben nach so ähm 25.000 Kilometer Rohrverlegung ich seh ja schon kommt das hier alles oh Gott mein Beileid ähm aber wusstest du auch dass du hier die Farbschemata festlegen kannst für was du die nutzen möchtest zum Beispiel äh nehmen wir jetzt ein Rohr das ist jetzt blau in der nächsten Fabrik will ich gelbe Rohre bauen also wähle ich das Farbschema gelb als Standard aus und hab jetzt gelbe Rohre ja wir auch also und das zählt halt auch für andere Sachen guck mal wenn du mit X kannst du dieses Bemalungsmenü auswählen wo du auch die Materialien auswählen kannst und ähm unter Farben hier kannst du zum Beispiel ähm so einige Sachen festlegen aber du kannst halt auch wirklich mit Rechtsklick dann genau sagen was du damit machen möchtest ne zum Beispiel alle Sachen hier mit den Carbon Stahl Ausführungen ja kenne ich was von aber warum gerade hier alles orange ist ja oder rot war so das war so das war so war so das Oh. 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 Ah, ok, super. das passt sogar ich spiele jetzt gleich asa was ist denn asa du musst mal ein tipps und tricks video machen für mich ich krieg das auch immer nur vom schad mitgeteilt ja okay dann hier viel spaß dabei ich bin heute so bis circa 22 22 uhr online genau und mehr habe ich bis heute auch noch nicht geplant so laden wir mal den awesome shop und bauen eins von denen hier um und zwar bauen wir da jetzt eine tür ein verkehr so tunnel tunnel einspur black tunnel einspur black door okay so 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 okay das funktioniert nicht was können wir so so in der mittel ist so 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 das haben wir jetzt hier einfach nur mal testweise das muss nämlich hier einmal alles komplett entfernt werden weil ich hier einfach nur testen will weil ich hier einfach nur testen will architektur wände okay ich glaube das war so 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 okay so 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 ich muss mal eben was kurz prüfen da hat gerade einer was auf discord geschrieben factory games saved save game blueprints monday so 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 wenn wir den jetzt hier rein setzen so 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 ich glaube die türen müssen wir ein stück weiter nach hinten setzen dass wir dann hier drin auch hocken so 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 ich glaube ich glaube das dürfte richtig richtig gut aussehen so 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 löschen so so Eh. Oh. Okay, nochmal. Alter. So, jetzt müssen wir das hier noch eben irgendwie fix verkabeln. So. Oh, wie geil ist das denn? Ah, wie geil. Das ist ja mal mega. Oh, wie geil ist das denn? Okay, jetzt müssen wir nur noch die Länge von dem ganzen Haufen hier definieren. Oh, wie geil ist das denn? 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 Vielen Dank. Das passt ja eigentlich perfekt. Perfekt doch. Okay, der steht hier noch ein bisschen drauf und der steht auch. Okay, der steht hier noch ein bisschen drauf und der steht hier noch ein bisschen drauf. Okay, der steht hier noch ein bisschen drauf. Also jeder Bahnhof ist zehn breit. Und ein Bahnhof. Zweiter Bahnhof. Also dritter Bahnhof meine ich. So, wie viele Bahnhöfe brauche ich denn? Okay, das könnte jetzt den Stream ein bisschen zerhauen, aber ich gucke mal eben, dass der nicht ganz so zerhauen wird vielleicht. Ähm, also wir bringen Kupfer rein, ein Bahnhof. Wir bringen Eisenerz rein, der zweite Bahnhof. Wir bringen Katerium rein, der dritte Bahnhof. Rohquarz, der vierte Bahnhof. Und haben wir hier... Okay, Gegenstände. Wir bringen rein. Uran lassen wir einfliegen. Glaub ich. Glaub ich. Ja, sorry. Fünf Bahnhöfe. Und Uran lassen wir einfliegen, außer wir haben Platz. Obwohl das verstrahlt zu viel. Vielleicht machen wir das... Einen gesonderten Zug. Alter Schwede. Die angereicherten Uranzellen, die sind auch wieder völlig übertrieben. Also. Fünf Bahnhöfe. Moment. So. Fünf Bahnhöfe. Wir sind jetzt bei eins, zwei, drei. Vier. Bitte sagt mir, dass das... Fucking hell, das geht auf. Geil. Also, das hier wird der Wahnsinn. Ah, da freue ich mich schon drauf, also bis hier werden wir Bahnhöfe bauen. Und dann geht es da lang weiter mit den Fabriken, vielleicht auch nach da und vielleicht nach oben hin. Ja, geil, das passt perfekt, dann können wir da vom Wasser noch Sachen holen, nice. Dann müssen wir uns noch überlegen, ob wir das frei lassen oder ob wir das noch anders gestalten. Weil eine Idee von mir war es, dass man gerade hier reinkommt. In die Richtung hätten wir halt noch Platz, ne? Dann hätten wir noch ein bisschen was für die... Oh, man sieht da hinten den Anschluss, sauber. Dann hätten wir hier noch Platz für Sachen, die wir oben draufsetzen könnten. Also, ich wollte das machen, dass man irgendwie nochmal so eine lange Strecke drauf zufährt. Oder wenn man das hier wegreißt, dann kommt hier ein Tor hin. Ein einfaches Tor wirklich. Dann kommt sowas hier. Einfach nur, damit es hin geflanscht wird. Dann kommt wieder ein Tor und jedes Mal in diesen Toren steht, was da drin ist. Kassengericht. Dann mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube das dürfte ganz cool aussehen. Oh, ein Helikopter. Oh, eins. Oh, eins. Okay. 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 So. Okay. 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 Und hier nochmal einhängen. Okay. 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 Ach es geht nur in eine Richtung. Ach es geht nur in eine Richtung. Ach es geht nur in eine Richtung. Okay die müssen wir noch auf unload stellen. Okay. 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 008 index daneben Altzenen. Okay. Ja. Okay. 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 Der müsste ja durchfahren, oder? Ja, weil er reserviert hat. Das heißt, der hier müsste blockiert sein. Dann könnte er hier durchfahren. Wenn er denn bock hat. Ja, sauber. Dann kann das hier gelöscht werden und hier kommt auch ein Fahrsignal hin. Holy crap. Okay. So. Dann will ich mal gucken, dass wir jetzt einfach mal eine Door bauen. Das müsste ja relativ easy gehen, weil wir hier einfach nur... Das machen und das machen. So. Dann setzen wir hier einfach eben mal kurz... Das. Das. Damit wir hier einen Track langlegen können. So. Und ich will... Und ich will... Also, ich will... Und ich will... ...dہ. Das. Das. Dann kommen wir halt. Und ich will... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das passt. Ich bin dann die mal eben hier oben. Also, AKW-Kopferempfang. Und das hier ist AKW-Eisenempfang. Und das gleiche gibt es dann halt noch für Katerium, Schwefel und Rohquartz. Aber ich will jetzt hier zwischen halt noch ein Tor setzen. So, und noch eben fix was prüfen. Okay, der ist zu groß. Der ist eindeutig zu klein. Okay, die sieht gut aus. Okay. 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 Wenn wir hier wirklich einfach nur stumpf sind und jetzt sowas hier machen. Das ist zwar jetzt Asphalt aber das jetzt einfach erstmal nur zum looky looky machen. Okay. Moin Ottermann. Okay. So. Okay. 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 wir jetzt hier sowas dann machen oh sorry dann ist es verkehrt rum dann 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 Ah! geht auch wir machen jetzt layout in der mitte machen wir das hier element einstellung icon auswählen machen wir nach oben hintergrund hintergrund nehmen wir den so farbe das hätte ich gerne ja dann müssen wir hier nochmal die ansprechen farbe auswählen ich finde die gleiche farbe überall haben so und dann hier oh ja das ist so ein leicht grün weißes schimmern das passt perfekt gut so produktionsanlage steht für stahl nice nur noch die rohmärzchen kachen ja ich könnte dir hier einen formidablen bahnhof empfehlen der wahrscheinlich ein wenig riesig wird so 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 Machen wir das so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, dann machen wir das anders. Die andere Idee wäre natürlich zu gucken, ob man hier eine Tür einbringt. Einfach für einen Walkway, dass man hier drüber langlaufen kann. Aber ich weiß nicht, ob man da noch einen höher müsste. Ich glaube, da müsste man noch einen höher. Dann macht man das eher so. Dann... Ein Ungläubiger im Rock des Meisters. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Jetzt musst du mir helfen. Dankeschön, vlan.tv. Maybe right, maybe not. Dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Hi. Hi. Ich versuche hier gerade ein Tor zu bauen, wo die Züge dann durchfahren. Ich sehe, was dahinter ist. Und ich will noch gucken, dass ich das vielleicht so mache, dass... Das vielleicht ein bisschen cool aussieht. Da bin ich mir aber noch unsicher. Jetzt sind wir definitiv höher als die hier. Wir könnten jetzt eigentlich... Da bin ich... Hm. Hmm. Okay, das würde passen. Wenn wir jetzt... So. Dann machen wir hier... Das ist nämlich so. Oder wir können das so... So. Und nun... Wände. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Architektur Wieso geht das nicht? Willkommen zurück Haha! Ja! 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 Der Genoß. Nee. Tor für die Züge sehen richtig geil aus, hat nebenbei reingeschaut. Ja, ich finde auch. Das Einzige, was jetzt hier fehlt, ist, ähm, ich finde, das sieht noch nicht cool aus, aber da habe ich gerade eine Idee bekommen. Vielleicht sieht das hier gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das muss trotzdem noch gemacht werden. Ich glaube, das ist hier gar nicht so schlecht aus. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, was ist, wenn du auf die eine Wende ganz oben einem Schräge an die... ...you mean... ...schumsching like that? ...schumsching like that. ...dürfte vielleicht für sowas ganz cool aussehen. ...schumsching like that. ...schumsching like that. Okay. Ah... Mega die Idee. ...schumsching like that. Also, das ist das hier die... Also, das ist das Ende. Und dann kommt oben drauf... ...unsere eigentliche Decke. Aber das könnte halt so mega einfach als... ...äh, wie in... Oh ja, wie abgemessen auf jeden Fall. Aber das könnte halt so mega, ähm... ...so Kühlrohre oder sowas sein, ne? Also, das ist das hier... Das war's. Das war's. So, und dann könnte man hier... Funktioniert das? Nice. Auch wenn das ein bisschen lächerlich aktuell aussieht. So, und dann kriegen wir nämlich... Weil diese Verkabelung hier oben ist eigentlich irrelevant. Ja, genau. Oh, ich hab da schon eine Idee. Guck mal, wir haben ja... Also das Tor soll irgendwo hier hingesetzt werden. An diese Stellen hier. Das heißt, ich werde das hier dann fertig bauen. Das Tor setzen. Und dann könnte man hier halt noch so Flüssigkeitstanks hinsetzen. Die überhaupt keine Bedeutung haben. Aber angeschlossen sind. Irgendwie sowas. Und dann können wir das. Ähm, die unterm Bahnhof... Sind leider Gottes... Ähm... Hier ist leider kein Schwefel. Das ist Eisenerz und Kalkstein leider. Das ist jetzt hier. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. 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 und das als eingangs bereich für die züge so jetzt müssen wir nur noch eine sache prüfen wollen wir hier noch weitere bemalung dran nicht bemalung weitere beleuchtung daran haben oder reicht das so erstmal weil die werden hier auch erstmal alles ausleuchten eine spur so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, drei waren es. Ja, da hast du recht. Aber guck mal. Die Idee dahinter war jetzt, dass wir das wirklich... Ah, verdammt. Ich habe es verkehrt herum gebaut. Aber da muss man noch mal gucken. Okay. 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 Das ist mega. So wie du gesagt hattest. Okay. 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 Ja, danke. Siw das mir so mit Asphalt besser aus? Okay. Außer das Tor jetzt oder auch den hier. Also dann so. Ja oder? Oh ja, das sieht bedeutend besser aus. Weil sie es richtig reingemauert hat. Reingemauert hat. Das geht ja in der Mitte. Da war ich mir unsicher, weil ich das eigentlich als Höhe nehmen wollte. Do you know? Hier findet die nächste Verteilung statt. Oder meinst du... Das Gitter ist eh... Oder... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die andere Idee, die ich gerade eben noch hatte, war... So. Ähm... Hier oben drauf... Kommt erst eine Verteilplattform. Das heißt... Ähm... Zum Beispiel alles, was hier rauskommt... Wird nach oben gepumpt. Also nach hier. Auf diese Höhe. Einlage ich. Sag ich jetzt mal. Und dann gucke ich, wie lange die Plattform ist. Und dann... Wollte ich das vielleicht mittig reinjagen. Also... Ha... Eine Idee war es halt wirklich, dass man dann sagt... Okay, hier kommen... Oder zweilagig, sag ich jetzt mal. Dann kommen hier zwei Wände hin. Äh, Wände hin. Wände hin. So. Damit hier drinnen die Verteilung läuft. Und... Äh... Also die Fließbandverteilung. Fließbandverteilung hier. Und dann wollte ich es eigentlich machen, dass du... Ich sag jetzt mal... Hier oben drauf einen Haufen Fließbänder hast. Und... Und... Dann... Gehst du nochmal ein nach oben. Mit... Ein bisschen mehr Abstand. Und dann sind hier angeschlossen... Ähm... So... So... Moment... So... So... Sowas in der Art. Vielleicht hier nochmal mit einem Zwischenstockwerk. Dass wir hier eine richtig große Fabrik haben. Und dann... Die Idee war es halt... Da müsste ich aber von dem Rand ausgehen. Ähm... Weil wir müssen... Halte ich fest... Nur für Kupfer... 85 Fabriken unterbringen. So... Und das wären... 22 Reihen. Oder... Ja... 22 Reihen. Wenn ich das mal überlege... Also... Die Idee war es dann... So... Und davon... Hiervon brauchen wir 22 Reihen. Und ich weiß nicht... Ob ich das noch einen hoch setze. Und dass du dann... Hier... Eine Glasfläche hast... Wo du mittig lang laufen kannst. Links und rechts stehen... Die ganzen Fabriken. Und hier feuern die... Ähm... Erze nach da durch. Und dann ganz am Ende... Wenn alles abgefrühstückt ist... Werden die Erze durch... Ähm... Die... Barren ersetzt. Und feuern dann in die Richtung. In die nächste Fabrik oder so. Irgendwie sowas. Ja... Ich dachte mir... Das dürfte halt richtig geil aussehen... Wenn du hier lang läufst. Relativ schmalen Gang. Oder links und rechts von dir... Stehen nur... Batterien an... Fabriken. Da könnte man auch überlegen. Das hatte ich nämlich auch noch gesehen. Das fand ich ganz cool. Da haben die einfach... Ähm... Was haben dann sowas hier gemacht? Man könnte natürlich mit der Wand noch ein Stück nach hinten gehen. Hier waren wir eben gerade hier hin. Also... Also... Dass die dann... Die haben das dann irgendwie so... Ich... Ich muss mir das Video nochmal angucken. Aber was ich halt so geil fand war... Äh... Dann haben sie das mit Hintergrundbeleuchtung gemacht. So, ne... Ähm... Und dann bist du halt wieder an das nächste Wandstück rangegangen. Und du hast nach hinten hin die Fabrik gar nicht gesehen. Sondern hattest das immer so in etwa. Das sah halt... Mit der Beleuchtung... Weil das halt so groß ist wie die Maschine... Echt cool aus. Das kannst du natürlich auch noch so machen, dass... So... Irgendwie so war's, ne? Und dann leuchtet das hier so leicht durch oder so. Also... Da gab's viele Ideen, was auch einige gemacht hatten. Das fand ich ganz cool. War dann einfach... Dit... Und dit. Also... Vielleicht nicht so, aber... Die hatten's halt hier drauf gesetzt. Und dann mit... Okay... Auch nicht. Ich krieg das noch irgendwie hin. So. Und dann... So. Dann war die Fläche hier zwischen... Beleuchtet. Und dann ging's nach oben hin... Als normale Maschine weiter. Irgendwie so war's. Also das... Und dann hast du halt hier diesen Glasgang... Den man hier auch noch... Geil beleuchten kann. Und dann guckst du nach unten und siehst halt, wie hier... Tonnenweise Erze lang fetzen. Das war halt so die Idee, die ich hatte. Das andere, was ich auch noch cool fand, war... Das ich dann gesagt habe, okay, wir machen das wie folgt. Fundamente. Und... Haben's dann so gemacht. Hier fetzen dann wieder die Erze lang. Und dann so. Entweder so. Oder die haben's halt noch ein bisschen tiefer gesetzt. Ja... Ich dachte auch, dass man... Da... Vielleicht... Also hier so Schilder hinsetzt. Dass das... Hier beleuchtet ist. Der Teil... Frei bleibt. Weil... So wie das aktuell aussieht... Moment... Ich kann's dir gleich sagen. Das ist ein bisschen nervig. Das muss man sich nämlich angucken. So... Ich brauche... Zwei... Schwefel... Reihen. Zweimal Quarz. Zweimal Katerium. Zweimal... Ähm... Kupfer. Und in der Mitte können wir das Eisen lang führen lassen. Weil davon brauchen wir nur eine Linie. Aber der Rest ist alles eine Doppellinie. Sogar wenn wir die aktuell... Die neuesten Förderbänder haben, wäre das eine Doppellinie. So... Und dann musst du mir eben noch einen Gefallen tun. Was meintest du mit volle... Ähm... Volle Blöcke hier... Also... Ich hätte das entweder... So... So... Okay... Ja... Das können wir auch mal... Echt... Das müssen wir aber... Wenn wir den ganzen Kroms oben haben, ne... Dann... Also ich will... Die Einfahrt hier fertig bauen. Und zwei Tore setzen. Das heißt ein Tor... Und hier vor kann ein... Vor diesem Tor kann ein Zug warten. Äh... Äh... El... Momento... So... Ja, also die... Schrägen fand ich auch nicht gut. Ups... Also die Schrägen fand ich irgendwie hässlich. So... Also... Und du meinst... Warte eben... Oh... So dann... Warte, den noch weg. So dann... Und dann... Wird dann... Oben drauf... Die Decke gesetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das dann so macht. Du meinst... Dass man dann... Dann kannst du wirklich da drunter noch mit Streifen leuchten, der in der Mitte lang führt. Die Decke gesetzt. ... An... ... ... ... ... ... At the moment... Naah... Geht leider nicht. Man kann die nicht auf den Boden legen. Ja, das machen wir nicht. Boah, jetzt kommt... Jetzt kommt crappy Buildman-Craft in. Behold! Meine Deckenbeleuchtung. Behold! Hehehehe! Ich würde mal sagen, gewusst wie! Achja, und noch einen Tipp von mir. Das kann ich euch mal eben zeigen. Wenn man das jetzt kopiert hat... So, vielleicht funktioniert das ja, dass man sieht... Ja! Guck mal! Wenn man den Text nicht rauslöscht... Set Text hier. Weil der packt ein Shadow da rein, obwohl man den nicht sieht. Erst wenn man ganz nah dran ist, sieht man, dass da ein Shadow gecastet worden ist. Alter! So, jetzt will ich noch was anderes ausprobieren. Wenn wir jetzt eine... ... 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 das sieht doch geil aus oder jetzt würde ich noch die noch mal was testen so und wenn wir jetzt bitte funktioniert verdammt du kannst nicht nach links ich wollte es da drinnen haben weil das sieht ja blöd aus ok naja wir müssen einmal das machen Okay, äh, Speziale. Ja, war ich gerade am... Gab es nicht noch Deckenhalterung? Ähm, give me a moment. So, zum einen müssen wir das hier auf Asphalt umstellen. Das sah so viel besser aus mit dem Asphalt. Dann müssen wir die hier entfernen. Dann setzen wir den hier, dann machen wir hier Wände, ne äh, Fundament. Okay. So. Ey, Peanut. Also an Bauideen wird es nicht scheitern. Nein! Ja, das ist so geil. Und... Ah, ich bin... Ja, das ist mega. Völlig sinnbefrei, ein bescheuertes Tor zu bauen. Und was wir hinten und vorne nicht brauchen. Und das dann einfach nur mit Schildern ausstatten. Damit wir den Fußweg beleuchten können. Ver... ...ver... ...verdammig. Okay. 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 Uh, da ist so geil. Um, wenn du dich erstmalig ist. Ich nehme die Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck-Eck. Das war's. Oh ja, apropos Sim befreit. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh ja. 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 Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Yeah. Yeah. What's. Das war's. Das war's. building. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.